Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 15. November. Heute haben wir dabei Plex, Google Home, iOS und Mozilla. Ja, nicht so viele Neuigkeiten, eine kurze Folge anscheinend, aber gucken wir mal, was wir so haben. Fangen wir mit Plex an. Plex, die Multimedia-Wunderbox, mit der man alles mögliche abspielen kann, was man so an Medien hat und die für fast alle Plattformen verfügbar ist. Die haben nämlich jetzt den Google Assistant integriert, und zwar für Android TV. Sprich, dort kann jetzt mit dem Google Assistant vorgespult werden, nach Content gesucht werden. So gefühlt ähnlich wie Siri auf dem Apple TV. Ja, schöne Sache für die, die Android benutzen, und ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Und wenn wir schon bei Android sind, da können wir gleich in der Google-Welt bleiben, denn Google Home, die App, die Google Home, also das Gerät, steuert, unter anderem auch ein paar andere Sachen von Google, Apple, die bekommt eine komplett neue Optik, und auch neue Funktionen sind im Anmarsch. Also A, die Optik, die App sieht einfach anders aus, und man kann nun auch Sachen steuern, die man vorher nicht steuern konnte. Beispielsweise auch von einem Google Home kann man nun die Höhen und die Bässe der Sound, also der Soundqualität, entsprechend anpassen. Und von Google ab zu Apple, denn da steht jetzt mit dem Update auf iOS 11.2, was ja seit Montag in der Beta verfügbar ist, ein Sprung bei der kabellosen Auflademöglichkeit, QI, oder Wii, oder wie man es auch ausspricht, zur Verfügung. Bisher konnte man nämlich nur mit 5 Watt Leistung laden, nun kann man auch mit 7,5 Watt laden. Und der Standard gibt sogar mehr her, denn prinzipiell kann es hochgehen bis 15 Watt, und entsprechend schneller ist dann euer iPhone einfach vollgeladen. Natürlich muss das entsprechende Ladepad das auch unterstützen, und im Zusammenspiel mit der aktuellsten iOS-Version, die dann hoffentlich auch bald aus der Beta raus ist, geht es dann eben fixer. Schöne Sache, freue ich mich persönlich sehr drauf. Und kommen wir zum letzten Thema, und da gleich zwei Neuigkeiten. Mozilla, die haben nämlich ihren neuen Firefox-Browser rausgebracht, und zwar den Firefox Quantum. Und das soll wohl der schnellste Browser sein, wo gibt. Ganz einfach. Man hat einen Test laufen lassen gegen Chrome, der allgemein als der schnellste immer gilt, und in den meisten Fällen oder in vielen Fällen ist der Quantum von Firefox echt schneller gewesen. Der lädt auch den Inhalt, bevor er Grafiken und anderen Krimskrams lädt. Und nun muss man nur die Leute überzeugen, dass sie sich auch den Firefox installieren, der nämlich leider seit einigen Jahren rückläufig ist. Ja, ein Grund war vielleicht, und das ist die zweite News in dem Kontext, dass Firefox als Default Search Engine, also Standardsuchmaschine, immer noch Yahoo eingesetzt hat. Da gab es nämlich einen Deal, der viel Geld in die Kassen von Mozilla gespült hat, und der ist jetzt Vergangenheit. Denn Firefox, oder Mozilla besser gesagt, die haben den Deal gekillt und setzen jetzt wieder Google ein. Und zwar in den USA, Kanada, Hongkong und Taiwan. In vielen anderen Ländern war Google bereits eh schon am Start. Und eigentlich ist es somit übergreifend fast überall so. Außer in China, da ist noch Baidu am Start. Und in Russland, Türkei, Belarus und Kasachstan, dort wird Yandex verwendet. Die kenne ich gar nicht. Ja, wen es interessiert, der weiß jetzt Bescheid. Wenn ihr noch Firefox nutzt, ich persönlich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt großartig dazu begeistern kann, den Quantum auszuprobieren, denn eigentlich bin ich ganz zufrieden mit dem Chrom. Ja, und das war es auch für heute. Also, ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den Mittwoch. Es ist ja somit bergfest. Und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Und wenn ihr Lust habt, kommentiert doch mal auf iTunes, ob euch der Geek Talk Daily gefällt. Gebt ein bisschen Kritik, positiv wie negativ. Wir lernen gern dazu. Und wie gesagt, wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.